Der Preis bedeutet mir sehr viel, weil es für mich eine Anerkennung ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin und es gibt Leute, die an mich glauben. Und es ist Motivation. Ja, es ist wie die Background. Man wird gestärkt, indem man Bestätigung kriegt. Mein Ursprung war beim Improvisieren. Melodien kreieren, einfach frisch von der Leber heraus, was von innen kommt. Ich habe nicht nur interpretiert Stücke, auch als Kind, Kinderlieder gesungen, sondern ich habe einfach drauflos improvisiert. Das war meine Roots. Und dazu habe ich imaginäre Sprache verwendet, weil Englisch ist nicht meine Muttersprache. Ich gebe dem Stück den Mut, sage ich zum Beispiel. Einen Mut geben, ja? So, dass er am meisten Ausdruck, Ausdruckskraft hat. So muss ich das anfühlen. Sei es eine Bewegung mit dem Körper, sei es eine Harmonie, sei es ein Bild. Irgendwann merkt man, jetzt bin ich an einem Punkt oder ich bezeichne ihn als Kern oder als Platz. Dann hat das seinen Platz gefunden, wo ich merke, okay, es ist wie ein inneres Gefühl, jetzt kann ich es loslassen, jetzt passiert es einfach. Und ich habe es ins Zentrum von dem, was ich ausdrücken möchte mit dem Stück, mit der Komposition. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020